Und dann nehmen die kleinen Aortlafeen Mr. Beinvene auf eine lange Reise mit, um ihn mit Prinzessin Linke Herzkammer zu vermählen. Dad, soll das heißen, dass du einen koronararteriellen Bypass kriegst? Ja. Oh nein! Und wenn die Mist baut, dann hab ich keinen Daddy! Vorübergehend. Nein, nein, Kinder, ich werde doch nicht sterben. So was passiert immer nur bösen Menschen. Und was war mit Abraham Lincoln? Er hat vergiftete Milch an Schulkinder verkauft. Oh!